Hallo Leute, ich wollte euch nur ganz kurz sagen, das ist die kürzeste Folge, glaube ich, von diesem Let's Play. Ja, es tut mir leid, es ist auch kein Let's Play. Ich hoffe, dass morgen wieder eine normale Folge kommt, ich bin hier gerade am Zimmer umbauen. Und, ja, wird trotzdem eine Folgenanzahl sein. Und, ja, mal sehen, was genau jetzt ist, das erfahrt ihr dann morgen. Tschau Leute.